Was geht Leute, mein Name ist RodeDANY, B-B-B-B-Nitsch, willkommen zu einem neuen Video von mir Und heute geht es weiter mit Road to Commander in Black Ops 2, viele von euch warten hier immer und immer wieder drauf Wir sind allerdings bald fertig und können unser nächstes Road to Commander anfangen Aber erstmal wollen wir natürlich das hier zu Ende bringen, wir sind momentan Level 49, das bedeutet also wir brauchen noch 6 Level Bis wir das Spiel bzw. Road to Commander zu Ende gebracht haben Und wir haben die Skorpion Evo freigeschaltet, allerdings werde ich noch sehen, mit welcher Waffe wir spielen, wahrscheinlich mit der TAR Gott, ich liebe die TAR, nicht nur hier, sondern auch in Ghosts, also die TAR ist wirklich fast immer gut, vor allem auch in der W2 war die auch so geil Moment, wieso heißt die Klasse eigentlich Kaiser? Wer zum Teufel nennt es eine Klasse so? Oh mein Gott, ich wurde gehackt, wart ihr das? Ich hoffe nicht Auf geht's, wünschen wir viel Glück Hier sind wir jetzt auf der Map Dick, auf der besten Gegend Afghanistans und verdammt, die kommen alle von rechts, ich werde mal in CP drüber Als Geburtstagsgeschenk Na mein Freund, wo willst du denn lang? Ich weiß nicht, dieser Map ist gleichzeitig ein Segen und ein gleichzeitig ein Fluch irgendwie Ich kann sie irgendwie manchmal nicht leiden, manchmal mag ich sie mehr Und übrigens, das ist halt das, was ich aufhabe, das mag ich gar nicht Ähm, ich hab's jetzt, wow, guck mal, ich hör nicht mal was Ernsthaft? Guck mal, der Camper die ganze Zeit wie so eine Missgeburt Und ich hör nix Na verdammt, das sind so viele Alter Schwede, mit meiner MP7 ist auch wahrscheinlich die falsche Waffe für diese Map Auf dieser Map haben wir übrigens, ich glaube, das erste Spiel ist Road to Commanders gespielt War ein epischer Moment, ich werde die niemals mehr vergessen Oh, what the fuck Da rät einer und fragt die Leute, ob sie Deutscher wären Also manchmal denke ich mir, die Leute, von wem haben die das nur geerbt, keine Ahnung Echt komische Menschen, die fragen, ob Deutsche in der Lobby sind, ne? Echt richtig komische Menschen, zum Glück war ich nie Wow, Pisser Jesus, sorry Leute, aber ganz ehrlich Ich merke gerade, wie unterschiedlich diese CODs eigentlich zueinander sind Mir nur mal so gerade eben eingefallen Alter Schwede, da hab ich gerade einen Hit bekommen Ich glaube, das ist auch die falsche Waffe, definitiv für die falsche Map, ja Definitiv Ich kriege, ich kriege diese, oh wow, das ist unmöglich Ja, gib mir einen anderen, vergib mir die TAR Hat keinen Sinn Ich kriege einfach keine Kills Ja, dann wenigstens hab ich den Kill bekommen Yeah, Sniper, das machst du gut, mach weiter so, ich bin stolz auf dich Und jetzt geh in die Hose und nerv niemanden Wow, sorry Leute, ich bin echt angepisst, muss ich ganz ehrlich sagen Weil, ja, ich werde einfach Wow Braucht gar nicht auf diese Ferndistanzen irgendwie mit denen zu kämpfen Brauche ich gar nicht erst zu versuchen, um ehrlich zu sein War das ein Headshot, ja, was Wenn man ein Z4 darüber Da ist er Was zum Teufel Jetzt hab ich wenigstens die TAR Was für den Score? 7 zu 4 Ja, hat er mich jetzt gemessert, wäre ich echt, dann wäre vorbei Okay, da ist keiner jetzt Komm, da könnte einer kommen Wenn er mich jetzt killt Ja, von hinten, natürlich Läuft bei dir, du Pisser Was macht der da auf dem Boden? Was zum Teufel? Kann mir jemand sein Ziel erklären? Kann mir jemand sein Ziel bitte erklären? Gott, ich weiß nicht Hier gibt's so viel Action ab, Alter Ich weiß nicht mal, von wo die kommen Wow, ich hab ne Drohne Herzlichen Glückwunsch, Danny Du bist der beste Spieler ever Da kommt einer So, Konterdrohne Ich spiele übrigens mit keinen richtigen Killstreaks Also mit Drohne, Konterdrohne Und so weiter und so fort Wow, ich krieg nie einen Kill mit C4 Ich bin so schlecht mit dem C4, ernsthaft Hab ich wahrscheinlich nie eingesetzt, deswegen Da ist einer Er chillt in der Ecke Er mag die Ecke Ich dachte gerade, ich hätte ihn nicht getötet oder sowas Ich will einen Dings da Orbital bekommen Ich will unbedingt ein Orbital bekommen Hab ich noch genug? Ja, Munition hab ich noch genug Komm schon, gib mir ein Orbital Ich sollte, muss mehr rushen Ich muss mehr Gegner finden Aber er ist nicht die schlauste Idee Sich hier so Offen preis zu geben So nach dem Motto, bitte töte mich Ich geh mal hier kurz lang Falls hier einer ist Jesus, das ist gruselig Wenn man auf Orbital geht Kann Teammate, kannst du bitte Ach Teammate So nutzlos meine Teammates Ernsthaft Ich werd mal kurz in C4 dahin Nix gekillt natürlich, wie immer Wow, oh, 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 oh Ich hab das Gefühl, ich werde gleich sterben Genau Teammate, komm da lang Das macht ihr super Ich bin wirklich stolz auf euch Ihr seid die Besten der Welt Wenn ihr schläft und nicht nach dem Essen ruft Ja Kurz vor Orbital war natürlich klar Pisser Ich merke Ich hab dieses Spiel so selten gespielt Damals Dass ich einfach nicht mehr so der beste Spieler bin Ich entschuldige mich so hart dafür, Leute So hart wie mein Egal, ich weiß nicht was Bitte sucht euch einen eigenen Vergleich aus Wow Komm schon, ich will dich töten Danke Ich wollte derjenige sein, der ihn tötet Diese Sniper heutzutage aber auch, ne? Die nehmen doch alle Drogen, Alter Ich mag die Teammate Ich liebe die, sie war echt überall Hab die noch nie irgendwie so gehasst oder sowas Was? Nimm das Ja, ich krieg diese Scheiß-Skills nie mit C4 Oh mein Gott, da gibt es so viele gerade Oh mein Gott, sind das viele Wo ist der Nächste? Da hinten Oh mein Gott Konterdrohne, ey, Mann Konterdrohne wird echt immer unterschätzt, Alter Jetzt mal ehrlich Konterdrohne ist so geil Oh, verdammt Oh, komm schon, gib mir den Orbital, bitte Orbital Von da kommen die alle, Alter Von da kommen die alle Hab ich Plünder dabei? Ich weiß, doch, hab ich, hab ich, hab ich Aber ich hab leider kein Päckchen eingesammelt Weil ich hier die ganze Zeit rumcampe Verdammt, wo sind die denn alle? Da spieße ich auch gleich vorbei, ne? Ja, leider schon Ach, verdammt Nein! Jesus Ich hab sogar dieselbe Empfindlichkeit reingemacht Wie ein CD-Ghost Aber irgendwie hat das nicht viel gebracht Ah, ich kriege mein Orbital einfach nicht mehr Vor allem, hätte ich einmal den Orbital bekommen Hätte mein Team auch gewonnen Aber vielleicht gewinnen wir ja trotzdem Das Spiel wird sehr, sehr knapp Ich frag mich, ob wir gewinnen können Komm schon, Teammates Oh Mann Meine Teammates machen gar nichts Diese Fuck Wieso verlieren wir denn die ganze Zeit? 7 zu 26 Alter, sogar mein Headset ist ausgegangen Er kann's gar nicht glauben Ja, mein Headset ist ausgegangen Ist die Batterie oder was? Alter Schwede 7 zu 26 8 zu 12 8 zu 11 Alter Schwede Ich glaub, da hätte nicht mein Orbital was geändert Hallo und herzlich willkommen YouTube Bei eurem Danny Burnage Schon heute gibt es mal wieder ein Black Ops 2 Gameplay Mein Road to Commander geht weiter Ich glaub, ihr freut euch Nicht? Keine Ahnung Wir spielen heute auf dieser Wundervollen Map Mit der Emtha wieder Und hoffentlich ist mein Team heute ein bisschen besser Ich nehme heute übrigens Die Emtha das erste Mal mit dem Schalldämpfer mit Das allererste Mal Das allererste Mal mit dem Schalldämpfer Ach Gottchen Okay, da ist einer Wo ist er? Wo bist du? Oh, was, 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 was? Oh mein Gott War das eine knappe Geschichte, mein Freund Ich sollte nicht so oft nachladen Zum Beispiel Jetzt hätte ich gar nicht nachladen müssen Oh, das waren meine Teammates Ich glaube, gleich kommt einer von hier Das wäre sehr, sehr logisch Sehr, sehr logisch Von da Ja, der versucht Der hält mich für dumm oder sowas Keine Ahnung Okay, ich muss mich Oh, da ist die Ah, da ist die Ich fühle mich immer so, als müsste ich alle Waffen aufheben Jesus Ich habe die ganze Nacht durchgesucht Also nicht wundern Dass ich so einen Aim habe gerade Ich habe die Empfindlichkeit nämlich nicht umgestellt Beziehungsweise Eigentlich benutze ich einfach einen Hack Das ist die Wahrheit Jetzt wisst ihr es Claymocha stört Das ist das, wovon ich rede Wenn ich dieses Spiel starte Unter mir ist einer auf Ram Wir können auch auf der anderen Seite sein Ich sollte vorsichtig sein Der ist unter mir, glaube ich Ah, von da kommen auch welche jetzt Drohne, Drohne, Drohne Von da Konterdrohne, sehr, sehr schön Gefällt mir, sehr, sehr gut Ich mag diese Waffen mit Schallnämpfer Die hat was Oh Gott, schade Marmelade Ja, ich mag Marmelade, wie immer Es tut mir so leid, ohne Scheiß Bitte Denk nichts Falsches von mir Es ist nicht so, wie es aussieht Nur ein bisschen schlimmer Oh Gott, war das dumm gerade Der hätte mich nicht bekommen sollen Ei, 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 ei Schade Marmelade Wow, dieser Typ, ich hasse ihn Spaß, ich liebe ihn Ich habe mich in ihn verliebt In der kurzen Zeit, wo ich ihn gesehen habe Sag es bitte niemanden Auch nicht euren Freunden Keine Ahnung, sorry Leute, aber Ich weiß nicht, ich bin echt froh, wenn ich Wenn ich das geschafft habe Nicht, weil ich das Spiel nicht mag Ich mag Ghosts, definitiv Ghosts ist eines der besten CODs ever Das Problem ist allerdings nur Oh, da ist einer Vielen Dank für den freien Kill Ich meine, der stellt sich schon so dahin Alles will er sterben Oh Gott, Jesus Ich habe Schaft dabei, mein Freund Ich habe Schaft dabei Überleg dir zweimal, ob du vor mir campen willst Ich liebe Schaft Ist das Beste ever, ohne Scheiß Ich glaube, die müssen sich jetzt Ja, da hinten sind sie Ich glaube, wir hier unten Oh, 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 oh Habt ihr nicht gesehen? Den Penner Geh mal links drunter Ich glaube, das ist sicherer Ich weiß nicht, was sagt ihr zu den Map-Packs hier? Gut, was frage ich eigentlich? Dieses Spiel ist so und so alt Okay, von da kommen die jetzt Doch, das spawned ich, glaube Oh, das war eine knappe Geschichte Hätte ich mich nur eine Sekunde Später gebückt Oh mein Gott, das klingt schon wieder so pervers Bitte denkt nicht Falsches von mir, okay? Bitte, ich bin doch einfach nur ein armer Junge Oh Gott, ja, der Verdammt, der hat so Vorteile gerade Mal gucken Verdammt, es kann einfach nie Ich bin so schlecht in sowas Die Hater haben recht Ich werde immer schlechter Das ist einfach, man muss sterben Aber Kontardrohne aktivieren Das ist das, wovon ich rede Mein Teammate Wenn der ihn nicht killt Nein, er hinter mir War das eine knappe Geschichte Alter Schwede Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Alter Schwede Was zum Teufel, ich sterbe hier fast die ganze Zeit Oh mein Gott, ich will mal wieder ein Orbital bekommen Ich muss erwarten, weil ich bin da ziemlich schwach eigentlich Sehr, jetzt geht's wieder Nein, oh was Von wo? Was? Alter Schwede, von wo kommen die die ganze Zeit? Oh, ich bilde mich schon Gegner ein Ich geh mal lieber rechts lang Rechts Sorry, das war nicht so gemeint Ich bin kein Nazi Ich will unbedingt mein Orbital mal bekommen Oh mein Gott Jesus, Alter Ich hab keinen Bock mehr Ich leg mein Orbital nicht mehr Ich wollte Herrschaft spielen Da krieg ich definitiv ein Orbital Fast immer eigentlich Ja, 18 zu 4 Ich weiß nicht, ab 5 Tonen sieht es schon wieder so richtig hässlich aus Das ist meistens immer so Verbündete Drohne nähert sich Die kommen hier wahrscheinlich unter Drunter Froh und munter Genau Ihr habt immer recht Irgendwann kommt noch der Moment, wo ihr mal nicht recht haben werdet Glaubt mir Okay, die kommen jetzt alle hier hoch Wir werfen mal hier kurz zum Geburt Als Geburtstagsgeschenk Die kommen hier hoch Komm schon, die müssen hier hochkommen Was? Nein? Was ist sein Ziel? Lebt er nur um Ach, keine Ahnung Okay, da ist AFK Nehme ich gerne in Kauf Freier Kill für mich Okay, die befinden sich jetzt alle da hinten Wenigstens stimmen hier die Spawns in Black Ops 2 Weil ich mag die Spawns in Black Ops 2 Die sind schon vieler Als zum Beispiel in COD Ghosts Ich weiß nicht, ich hasse die Spawns in Ghosts Obwohl ich das Spiel gerade mehr spiele Ja, wow Und ein Kill mal bekommen Mit C4 und sterbe gleich danach Aber eine gute Sache gibt es wenigstens hier Und zwar Ähm Meine Teammates gehen mehr ab Also wir führen hier gerade auch Gott, ist die Talgrude, Alter Das beste Waffe ever Ne, jetzt mal ehrlich Tal ist eine der besten Waffen Auch in Ghosts Auch in MB2 und sowas Ich find's so komisch irgendwie Weil Immer wenn ich ein Headset aufhabe Ich hör mich also quasi irgendwie gar nicht selber Oh mein Gott Uh, der hatte eine vernünftige Waffe dabei Das war gefährlich Da unten sind die alle Ich nehm mal Oh, wir haben gewonnen High Five Drei Zwei Eins Fast Oh mein Gott Jetzt kommt noch der letzte Abschluss Abschluss Äh, Kill Wisst ihr was? Das Gute ist halt Dass wenn ich Diese Posen überspringe Dann kann ich Da kann ich einfach Mehr Gameplays machen Deswegen spielen wir noch ein Game Und äh Mein Gott Alter Schwede Ein Dreier Abschuss Ja, okay Ich mag die Map Nein, kleiner Spaß Ich mag die nicht Die ist mir zu klein Ich weiß, viele Leute mögen von euch die Map Aber ich persönlich mag die gar nicht so wirklich Weiß nicht Ich bleib mal hier kurz Ah, ich gehe rüber Naja, doch Ich bleib hier Ja, ich wusste, dass er hier rüberkommt Gott, ist diese Waffe gut, Alter Ich habe eine neue Waffe für mich entdeckt hier Ich glaube, der wird Ja, der wird das Auto zerstören wollen Ich gehe mal lieber weg Uh Oh Gott Habe ich ihn getötet? Ja, habe ich Oh Gott Gib mir die Waffe Oh, ich hatte Ah, verdammt Oh Gott Oh mein Gott Was zum Teufel Jesus Habe ich eine gute Runde hier Yay, neue Kills Nein, nicht schlecht Okay, es ist schon ganz okay, muss ich sagen Ich bin glücklich Ich bin glücklich wie ein Hase Ich bin glücklich wie ein Hase, wenn er seine Drogen bekommt So glücklich bin ich Ich warte hier kurz Ich weiß nämlich, dass Hier Leute lang kommen werden Nein, nein, nein Er hat mich immer noch nicht bemerkt Er hat mich immer noch nicht bemerkt Gott ist es Ja, fuck, verdammt Ich dachte, ich kann ihn messern Aber ich kann ja nicht messern Oh nicht, ich bin so schlecht Oh mein Gott Ich wusste, dass er da oben kämpft Jetzt fängt es an Wo wir gespawn getrappt werden Diesen Spielmodus Kann man auch nur mit am besten Freund zocken Wenn man welche hat Im Gegensatz zu mir Ich habe keine Freunde Keine Freunde Forever alone Lass uns mal B einnehmen, Teammates B einnehmen, B einnehmen Komm schon, komm schon, komm schon Ich muss hier ein bisschen verteidigen Weil ich quasi der Einzige bin Wer hier auch B einnehmen will Komm schon, komm schon Das wäre ein Traum Ein Traum wird wahr Ein Traum wird wahr, Leute Ein Traum wird wahr Okay, jetzt dürfen wir B nicht verlieren B nicht verlieren, Leute Bitte B nicht verlieren Bitte B nicht verlieren Habe ich gesagt Ich meine das ernst Dann haben wir sie Dann haben wir sie, Leute Dann haben wir sie Ja, wenigstens habe ich ihn Daran gehindert B zu erobern Oh, Teammate, bitte Oh, kannst du mich aufhören zu nerven, Alter Piss, verpiss dich Jesus, ich bin ja kein Einfach keiner mag, Alter Also C4 ist schon richtig geil, ne Aber ich weiß nicht Was ist eigentlich bei dem los, Alter Ich lade zu oft nach Definitiv Oh mein Gott Er kam von rechts Ich dachte, er kommt von links Ah Ich glaube, der kommt hier gleich lang Alle kommen hier gleich lang Habe ich das Gefühl Die ganze Familie The whole family The whole familia Mama mia Wow, der Ist aber naiv Was denkt er sich Oh, die haben wieder B eingenommen Habe ich nicht mal gemerkt Alter Schwede Komm schon Oh, ich hab kein C4 mehr Ich würde ihm mal gerne So eine Sofant reinnehmen Einfach mal wieder reinrennen Das würde ich mal gerne machen So einen, auf den ich gehe So auf Clips oder sowas So zum Beispiel Hier Lass mein Teammate in Ruhe Seine Waffe einfach aufheben Okay, den kill ich mal lieber nicht Sonst wissen die, dass ich hier bin Ja, das lohnt sich einfach nicht Die zu killen Pisser Wasser von hinten Wow, du Mistgeburt Keiner mag dich Sorry Leute, ernsthaft Es tut mir wirklich leid Wirklich, wirklich leid Wie ich rede Aber ich weiß nicht Ähm Kill mich bitte Pfff Was für ein B du, Alter Verpisst dich aus Jetzt wird's gefährlich Mann, hab ich jetzt Angst vor dir Mann, hab ich jetzt Angst vor dir Lappen, Alter Was denkst du, wer du bist, du Loser Keiner mag dich Oh mein Gott, Alter Typisch Gegner, Alter Typisch Gegner Wollt, was die machen Die laufen in unseren Spawn Läuft bei euch, ihr Penner Gott, wie ich die Gegner hasse, Alter Die sollen mal lieber Sitz machen Macht lieber Sitz, Leute Macht Sitz Wie mein Hund, wenn ich'sn hätte Ich glaub, die kommt von hier Ja, mach Sitz Das ist richtig, Bitch Komm schon, gib mir die Kills Gib mir die Kills Gib mir die Kills Oh, Teammate, bitte Keiner mag dich Teammate, bitte Wow Die erste Hälfte ist vorbei Aber es ist noch nicht vorbei Nicht so gut gelaufen, Leute Nicht so gut gelaufen Aber ich muss auch sagen Irgendwie Ähm Also es bringt schon was Ich hab gerade jetzt Ich hab wirklich lange COD Ghost gezockt Hab ich wirklich lange Ähm Aber irgendwie Ist trotzdem noch was hängen geblieben Aber es ist einfach ganz anders Würde ich jetzt ein COD Ghost spielen Ich glaube, ich würd viel besser spielen Aber ich zocke auch in letzter Zeit viel mehr Weil davor war es wirklich so Dass ich quasi nur für YouTube gezockt habe Beziehungsweise Ich gar nicht die Zeit dazu hatte Für mich alleine zu zocken Und verdammter Mist Die wissen, dass ich hier bin Ah, die werden jetzt auch die Flagge Ach, das ist keine, ne? Oh mein Gott Diese Sniper hier sind OP Die sollte mal wieder ein Fight for alle Sniper Match machen Ja, das soll ich definitiv wieder machen Jesus Typisch gefährlich, Alter Oh mein Gott Oh nein, 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 nein Ich hätte nicht nachladen Oh doch, ich musste nachladen Bye, bye Ich mag sie viel Es ist bestimmt so frustrierend Wenn man dadurch immer gekillt wird Ja, kann ich bezeugen Kann ich richtig bezeugen, meine Freunde Seid ihr meine Freunde? Wenn ja, dann seid ihr meine einzigen Freunde Meine 500.000 Freunde Bravo Aber warte Zu dem Thema Ich habe keine Freunde Ich habe mehr als Ach, wieso lade ich denn nach Ich verstehe es nicht Wieso lade ich nach Wie viele Tode? Zwölf Tode Das sieht immer so hässlich aus, Leute Sieht immer so ultra hässlich aus Ich warte hier mal kurz Ich warte, die sehen mich hier nicht Pass auf Na komm, lass mal ein paar Leute vorbei Ach, egal, scheiß drauf Ich wollte gerade sagen Wow Deren Ernst jetzt? Ich wollte mal sagen Lass mal ein paar Leute hier vor lange Rennen Aber irgendwie Bin ich gerade zu killgierig Was man nicht sein sollte Ähm, und Oh, what the fuck Oh mein Gott Ich bin so behindert Wieso achte ich denn nicht darauf Natürlich spawnen die von da Und Leute Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir sind am Gewinnen Obwohl ich das schlechtere Team habe Muss man hier so ganz offen ehrlich sagen Wir sind immer noch am Gewinnen Nice Gibt mir das Vielen Dank Ich überlege kurz Ob ich hier kurz warten sollte Ich warte kurz hier Okay Ich wurde von nichts geblendet Okay Ist jemand anders lang Ich gehe durch das Haus Oh mein Gott Pisse, Alter Habe ich gar nicht gesehen Oh mein Gott Teammate, bitte Was macht der da? Oh mein Gott Ist das knapp Gib mir die Drohne Nein Von oben Ach, der hatte wahrscheinlich Sowas wie Geist dabei Oder sowas Ich habe mich ganz voll konzentriert Und sowas Und dann Ah, ich benutze mein C4 Auch immer falsch eigentlich Ich glaube das Spiel Müsste auch gleich vorbei sein Ich finde es auch Wenig sind nicht besser Mit diesen Mit diesen Cuts hier Was ich gerne auch machen wollen würde Sag ich dir mal irgendwie immer Was ich machen wollen würde Und zwar würde ich gerne Eine Serie aufmachen Früher oder später Es dauert aber noch eine Weile Ähm Wo wir eine Nuklear versuchen wieder Also Live Nuklear Ich habe ja jetzt In C.O.D. Ghost In den Infected Also infiziert Eine angefangen Eine Serie Road zu K.I.M. Halt quasi Und da wollte ich hier gerne So eine Art Ja, Nuklear machen Zuerst mal den erledigen Der gefährlicher ist Gib mir diese schöne Waffe hier Ich habe richtig Lust Die gerade einzusetzen Ach, verdammt Ich bin gestunt Hoffentlich sehen die mich hier nicht Oh, ist das gefährlich Oh mein Gott Das war so klar Mein Sniper kann natürlich Mal wieder gar nichts Hat wahrscheinlich Seine Drohung nicht genommen Die er täglich einnehmen sollte Sorry, das ist nicht so wie es aussieht Die müssen hier alles spawnen Ja, tun sie auch Oh mein Gott Ist das dein Ernst 47 zu 18 Läuft bei mir Wehe, das wären noch 20 Tote Dann bin ich richtig wütend Aber ich werde jetzt nicht campen Nur um keine 20 Tote zu bekommen Aber ich will trotzdem Keine 20 Tote bekommen Dann bin ich richtig wütend Dann bin ich wütend, Leute Oh mein Gott Oh wow Okay, wenigstens haben wir gewonnen Ich habe mich eben gerade so früh auf, Leute Ich habe so früh aufgenommen Ich glaube, es ist 7 Uhr morgens noch Und ich konnte mal wieder nicht so ganz schlafen Und ich sagte mir Ich nehme einfach mal Road Commander auf Ich hoffe, euch hat das gefallen Mit diesen Cutszenen Dass ich nicht mal Die Zwischen Ich kann nicht Zwischensequenzen zeige Wo ich Wo alles lädt Und wo ich die Waffe aussuche Und so weiter und so fort Ähm Ja, lasst mich mal in den Kommentaren wissen Was ihr mehr mögt Das würde mich mal sehr interessieren Das Gute ist halt Dass ich statt 2 spielen Der meistens 3 machen kann Weil ich natürlich Zeit sparen kann Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen Es war eigentlich relativ okay eigentlich Also, ich meine jetzt Es war nicht gut Aber es war Im Gegensatz Zu unserem letzten Parts Von Road to Commander Relativ gut Außer zu meinem Comeback Das war natürlich ultra geil War einfach so unerwartet Aber Im Gegensatz zu Den anderen Spielen War es relativ okay Diese ganzen Spiele hier Lasst mich in den Kommentaren Wissen, was ihr dazu sagt Gebt den Daumen nach oben Button Klickt den Daumen nach oben Button jetzt an Falls euch der Part gefallen hat Und Dann werde ich dich Im nächsten Video wiedersehen Ciao, ciao